Hallo liebe Minecraftler und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Speed-Tutorial auf meiner SYN-007. In diesem Video geht es einmal darum, wie ihr die eventuell auftretenden Fehler der Start.Buds für euren Server beheben könnt. Um das Ganze so anschaulich wie möglich zu erklären, habe ich in einem beliebigen Ordner auf dem Computer schon einmal vier verschiedene Startdateien und eine CraftBucket.Jar, die wir ausführen wollen, vorbereitet. Nun führe ich einmal die auf meinem PC, also die Java 7 64-Bit passende Startdatei aus und bekomme auch prompt eine Fehlermeldung, die lautet, das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. Drücken Sie eine beliebige Taste. Wenn wir nun eine beliebige Taste drücken, schließt sich das Fenster wieder. Um den Fehler zu beheben, müssen wir erst einmal die Startdatei mit einem Programm wie World, Notepad++ oder Editor öffnen, um die ganze Datei bearbeiten zu können. Jetzt sehen wir auch gleich den Aufbau einer Startdatei. Im oberen Bereich gibt es einige spezifische Parameter, die uns erstmal nicht weiter interessieren. Darunter jedoch finden wir eindeutig einen Dateifad und der wird gleich noch interessant. Am Ende dieser Zeile befindet sich noch eine Datei namens CraftBucket.Jar oder ein Name namens CraftBucket.Jar und das wird später noch wichtig. Darunter steht noch Pause und das bedeutet, dass sich die Konsole nicht gleich wieder schließt und der Befehl dann erstmal pausiert wird. Kommen wir nun zu dem eben schon besagten Dateifad. Diese hat die Aufgabe, die Java.exe zu verlinken. Doch da die Fehlermeldung, das System konnte den angegebenen Pfad nicht finden, lautend, ist es so, dass diese Dateifad nicht stimmt und unsere Java.exe nicht richtig verlinkt wird. Das heißt also, wir müssen diesen Dateifad so verändern, dass ab sofort die Startdatei wieder auf unsere Java.exe zugreifen kann. Dafür drücken wir auf das Windows-Zeichen, gehen auf Computer und jetzt auf unser Hauptlaufwerk oder auf unsere Hauptfestplatte. Dort finden wir entweder im Programme oder im Programme x86-Ordner, bei mir in dem Fall im Programme-Ordner, ein Orden namens Java. Darin befindet sich bei euch je6 oder je7. Dort gehen wir einmal rein, dann gehen wir in den Binnenordner und hier finden wir eine Fülle an Dateien. In diesem Ordner befindet sich zum Beispiel auch die java.exe. Diese müssen wir jetzt in der Startpart verlinken. Also kopieren wir den Dateifad, in der die Java.exe zu finden ist und fügen diesen Dateifad in die Apostrophe ganz einfach in der Startpart ein. Ganz wichtig, wir müssen dahinter den slash java.exe so lassen, denn das ist nicht in der Dateifad mit dabei. Am Ende muss das so aussehen, wie jetzt hier im Video. Starten wir nun die Startpart, wie vorhin, bekommen wir nicht mehr den Fehler mit, konnte den angegebenen Pfad nicht finden. Jetzt möchte ich euch noch den zweiten Fehler zeigen, den wir ebenfalls ganz einfach beheben können, und zwar den Error, Unable to adjust jar file craftbucket.jar. Drücken Sie eine beliebige Taste. Und das bedeutet, er kann nicht auf die Craftbucket-Datei zugreifen. Doch wie können wir das überhaupt wieder verändern, sodass er auf die Craftbucket-Datei zugreifen kann? Dazu öffnen wir noch einmal die craftbucket.jar, um zu sehen, was darin steht. Wir sehen am Ende des Dateifades, ganz in der vierten Zeile, steht craftbucket.jar. Und das ist die Datei, die von diesem Startpart ausgeführt wird. In unserem Ordner allerdings liegt eine craftbucket.jar und dahinter noch ganz, ganz viele verschiedene Zahlen. Und so ist es der Name, der jetzt das Problem veranstaltet. Deshalb schließen wir die Startpart einfach nochmal wieder und nennen jetzt einfach die craftbucket.jar mit den ganz vielen Zahlen dahinten einfach in Craftbucket um. Und schon sollte das Ganze gehen. Wir probieren es mal aus. Doppelklick auf die Startserver-Bart und sie startet einwandfrei. Alles hat wunderbar funktioniert. So, ich hoffe, ich konnte euch einiges über die Dinge, die in der Startpart zu finden und einzustellen sind, beibringen. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt auch ab sofort, falls ihr ein anderes Problem als hier im Video gezeigt habt, mit diesem Wissen versuchen, auch das Problem zu beheben. Das wäre wirklich sehr gut. Ansonsten findet ihr in der Videobeschreibung noch einige Downloads, zum Beispiel für Feed the Beast Startparts, für Bucket Startparts und Techit Server Startparts und so weiter und so fort. Die habe ich alle schon mal so ein bisschen rumgetestet und da müsst ihr einfach ausprobieren, welche bei euch geht. Das hängt nämlich immer noch vom Computer ab und so weiter und so fort. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sage Tschüss, bis zum nächsten Video von Wimminers 07. Wimminers 07.